Jess kehrte mit noch immer klopfenden Herzen nach Hause zurück und sprang dort sofort unter die Dusche, um sich den angestauten Stress und die Trauer von sich zu waschen. Sie würde kündigen. Es hatte keinen Zweck, sich länger etwas vorzumachen. Irgendetwas stimmte bei Hankester Science Laboratories nicht. Und ausgerechnet Clive stand inmitten dieses Schlamassels und steuerte wahrscheinlich noch alles, was dort vor sich ging. Dieser Gedanke verletzte sie mehr als alles andere. Sie hatte Clive wirklich gemocht, aber unter diesen Umständen wollte sie ihn auf gar keinen Fall wiedersehen. Jess versetzte sich zurück in die Lage, falls sie wirklich nichts weiteres im Sinn gehabt hätte, als Connor seinen Laptop zurückzubringen. Und je mehr sie darüber nachdachte, desto merkwürdiger erschien ihr Clives abweisende, äußerst beängstigende Reaktion auf dem Gang. Und dann noch seine Drohung. Was hatte das alles zu bedeuten? Dieser Hengst würde garantiert über Leichen gehen, um sein Geheimnis zu hüten. Es wurde gerade wieder hell draußen, als sich Jess endlich ins Bett legte. Sie war hundemüde, aber erleichtert. Nichts war zu vergleichen mit dem Gefühl, dass sie ereilte, wenn sie daran dachte, dass sie an ihrem nächsten Arbeitstag einfach nicht mehr erscheinen würde. Sie würde einfach weiter suchen. Irgendwo würde es schon eine passende Stelle für sie geben, da war sie sich sicher. Auf einmal fielen Jess die Briefe in ihren Kitteltaschen wieder ein. Sie faltete die Schriftstücke nacheinander auf und schnappte erstaunt nach Luft. Prof. Dr. Higgins hatte offenbar zusammen mit den Arsalanen ein Geheimkomplott gebildet, mit dem Ziel, den Präsidenten Anderson auszuschalten. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass ihm Anderson mit seinem Selbstmord kurz vor Ende seiner Amtszeit zuvorkommen würde. Doch das, was Jess am meisten schockierte, war, dass sie aus den Briefen herauslesen konnte, dass es ausgerechnet das Experiment A3360 hätte sein sollen, welches Andersons Schicksal letztlich besiegeln sollte. Es war geplant worden, Alex in die Reihen von Andersons Personal einzuschleusen, damit er ihn zu gelegener Zeit einfach ermordete. Wahrscheinlich hatte Higgins Anderson all die Jahre in dem Glauben gelassen, er würde eine neue Kriegswaffe entwickeln. Und während er vorneherum den netten Professor spielte, arbeitete er hinterrücks für die Arsalanen und hackte mit ihnen ein Komplott aus. Es musste ein harter Schlag für ihn gewesen sein, als die neue Präsidentin Carol Baxter einen erneuten Angriff auf die geschwächte Terrorzelle angeordnet hatte, durch welchen diese vollständig vernichtet worden war. Die Arsalanen existierten nicht mehr, genau wie Higgins auch. Doch als Alex ausgebrochen war, musste er schreckliche Angst gehabt haben, dass Baxter von seiner geheimen Intrige erfuhr. Wahrscheinlich hatte er sich deshalb auch letztlich die Kugel gegeben. Wahnsinn, hauchte Jesse, die einfach nicht fassen konnte, was sie da herausgefunden hatte. Das war mehr als nur Hochverrat. Diese Pferde waren gefährlich und unberechenbar. Und Clive, der wusste wahrscheinlich von allem. Kein Wunder, dass er so versessen darauf war, sie von den Geheimnissen fernzuhalten. Doch wenn A3360 so ein Problem dargestellt hatte, warum hatten sie ihn dann so lange am Leben erhalten, wenn nicht... Jess schluckte. Clive wollte doch nicht etwa das Werk seines Vaters fortführen und Präsidentin Baxter... Nein, dachte Jess. Welchen Sinn hatte es, Baxter von ihrem Thron zu stürzen, wenn die Arsalanen nicht mehr hinter Clive standen, um ihn den Rücken freizuhalten? Das war wirklich mehr als nur weit hergeholt. Aber, aber nach allem, was sie gesehen hatte, hielt sie nichts mehr für unmöglich. Es hatte jedoch auch keinen Zweck, sich darüber den eigenen Kopf zu zerbrechen. Sie musste mit diesen Informationen so schnell wie möglich an die Öffentlichkeit gehen. Die Sicherheit des Landes hing davon ab. Gleich wenn sie aufwachte, würde sie sofort den leitenden Reporter der Daily Nay kontaktieren. Gerade als Jess endlich schlafen gehen wollte, klingelte es jedoch an der Tür. Es war bereits nach sechs Uhr morgens, doch normalerweise kam der Paketbote nie so früh vorbei. Sie konnte sich auch nicht daran erinnern, etwas bestellt zu haben. Vielleicht nur ein Paket für einen Nachbarn, dachte sie, schwang sich geschickt wieder aus dem Bett und öffnete verschlafen die Haustür. Ihre Müdigkeit verflog jedoch sofort, als sie draußen nicht dem Paketboten, sondern Clive gegenüberstand. Das Blut gefror ihr förmlich in den Adern, als sie seinen Blick bemerkte. Er lächelte. Doch etwas Falsches lag in seinen Zügen. Guten Morgen, werte Dame. Erklär mir doch mal bitte, was du vorhin im Archiv zu suchen hattest, schnaubte er ruhig, als er sich in den Türrahmen lehnte. Jess rümpfte angespannt die Nüstern. Keine Ahnung, was du meinst, entgegnete sie. Daraufhin zog Clive eine kleine Schwarzlichttaschenlampe aus seiner Jackentasche und leuchtete damit auf Jess' Maul und Hufe. Leuchtende Flecken einer fluoreszierenden Substanz schimmerten überall in ihrem Fell. Äck, falsche Antwort, wierte Clive und schob seinen Huf blitzschnell in den Türspalt, als Jess ihm die Tür vor der Nase zuschlagen wollte. Der goldene Hengst stieß die Tür unter vollem Körpereinsatz auf und drängte Jess in ihre Wohnung hinein. Ein kleiner Trick, um lästige Datenlex schneller ausfindig zu machen, lächelte er bittersüß. Es hat eine ganze Weile gedauert, alle Briefe damit einzustorben, aber es hat sich gelohnt, wie man sieht. Jess' Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie mit der Hinterhand gegen die Flurwand stieß. Was hatte er nur vor? Du bist ein ganz schön gewieftes Luder, Jessica, hätte ich dir gar nicht zugetraut, fuhr Clive fort. Jess wollte sich seitlich an ihm vorbeidrücken, doch er stieß sie von sich und presste sie zurück an die Wand. Es gibt da aber so eine klitzekleine Kleinigkeit, nennt sich übrigens Protokoll, da kann ich jede Öffnung von jeder Tür im Gesamten komplex nachverfolgen. Und dummerweise wurde keine zwei Minuten, bevor ich mit dir auf dem Gang zusammengestoßen bin, die Tür zum Archiv wieder geschlossen. Und außer dir war sonst kein Pferd in diesem Areal, Jessica. Dumm gelaufen. Auch wenn er gerade noch sehr kontrolliert und ruhig wirkte, so wusste Jess, dass in Clive gerade ein Vulkan brodelte, der jeden Moment ausbrechen konnte. Es war vielleicht besser, wenn sie ihn nicht unnötig reizte. Ich, 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 stammelte sie zitternd. Ich wollte nur wissen, was es mit A3360 auf sich hat. Ich habe ja nicht geahnt, dass es so schrecklich wäre, wenn ich etwas davon wüsste. Clive peitschte mit dem Schweif und legte zornig die Ohren an, bevor er Jess noch fester an die Wand presste. Ich habe dir gesagt, dass sich das nichts angeht, brüllte er äußerst zornig. Und wenn ich dir sage, dass sich das nichts angeht, dann hast du gefälligst deine vorlaute Schnauze da rauszuhalten. Was mache ich jetzt nur mit dir? Jess kam in die Tränen, doch Clive hatte schon lange kein Mitleid mehr mit ihr. Ach, spar dir dieses Affentheater für jemanden, der dir das noch abkauft, Jessica. Du hast mein Wohlwollen lange genug ausgenutzt. Na komm schon, was hast du rausgefunden, hm? Jetzt ist es raus, also sag es mir. Ich, ich, Clive packte sie ungeduldig an der Mähne und schüttelte sie. Jess hustete unter Tränen. Ihr Hals war vollkommen trocken und es fühlte sich an, als wolle ihr Herz in ihrem Inneren zerspringen. Was weißt du? Jess wollte ihm wirklich antworten. Doch so sehr sie es auch versuchte, es kam kein Wort über ihre Lippen. Stattdessen schleuderte Clive sie nur noch einmal brutal von sich, als er merkte, dass er so wohl nicht weiterkam. Wer war dieser Freund, von dem deine Schwester gesprochen hat? Jess beruhigte sich ein wenig, konnte jedoch noch immer nicht antworten. Jessica! Ja, brüllte Clive sie an. Doch sie kämpfte noch immer mit sich selbst, um nicht wieder in Ohnmacht zu fallen. Wie kam sie da nur wieder raus? Ich wünschte wirklich, ich hätte dieses Scheiß-Experiment einfach abgeknallt, nachdem mein Vater sich das Leben genommen hat. Jetzt habe ich den Salat. Diese Worte lösten etwas in Jess aus und mit einem Mal fand sie ihre Stimme wieder und brüllte Clive einfach mitten ins Gesicht. Du tust ja gerade so, als wäre er es gewesen, der sich dafür entschieden hat, 15 Jahre unter der Erde gefangen gehalten zu werden und sich das halbe Hirn durch Bauteile ersetzen zu lassen. Das hat Alex nicht verdient, das hat kein Pferd verdient. Und Alex? Wirrte Clive laut auf und verstummte kurz, bevor er in schallendes Gelächter ausbrach. Er ließ dabei kurz von Jess ab, deren Beine ihr Gewicht nicht mehr lange tragen wollten. So ist das also. Er war also der Freund, den ihr gesucht habt, kicherte Clive höhnisch. Meine liebe Jessica, du dachtest, du hattest bereits ein Problem? Jetzt hast du eins. Was, was meinst du? Stotterte Jess, stotterte Jess, als Clive sie packte und sie zu Boden schleuderte. Jess versuchte zurück auf die Beine zu springen, doch Clive warf sich auf sie, zog etwas langes Silbriges aus seiner Jackentasche und rammte es gnadenlos in ihren Hals. Jess schrie auf und trat um sich, doch der goldene Hengst lächelte nur befriedigt, als er sich erhob und mit kalten Augen auf sie herabblickte. Als Jess bemerkte, wie die Welt vor ihren Augen zu verschwimmen begann, beugte er sich zu ihr herunter und strich ihr eine Locke von der Stirn. Ich bin gerade so versucht, die Situation etwas zu meinem Vergnügen auszunutzen, säuselte er mit einer so seligen Gelassenheit, dass Jess Spei übel wurde. Sie hatte große Mühe, ihre Augen offen zu halten, doch sie kämpfte tapfer gegen den stetig lauernden Schlaf an, der sie in die Tiefe zu reißen drohte. Ich könnte jetzt theoretisch alles mit dir machen, Süße, lächelte Clive, als er musternd um sie herum schritt. Und weißt du, was das Beste daran ist? Er beugte sich ein weiteres Mal zu ihr herunter, um ihr ins Ohr zu flüstern. Wenn du wieder aufwachst, würdest du es nicht einmal mehr wissen. Habe ich es getan? Oder vielleicht doch nicht? Aber da, wo du mit mir hingehst, wird dir definitiv niemand etwas erzählen. Verzweifelt versuchte Jess nach dem widerlichen Pferd zu treten, dass sie einst ihren Freund geschimpft hatte. Doch ihre Beine waren so schlapp, dass sie nicht mehr als ein lasches Zucken zustande brachte. »Alex!«, wimmerte Jess leise, als sie eine bleiche Silhouette erblickte, die auf der Türschwelle stand. Ihre Lippen brachten jedoch nicht mehr als ein undefinierbares Blubbern hervor. Clive richtete sich zufrieden seufzend auf und schüttelte sich. Dann erschrak er heftig, als er den schneeweißen Hengst erblickte, der ihn mit angelegten Ohren aus dem Türrahmen anstarrte. »Ah, 3360, welch freundiges Wiedersehen!«, lachte Clive düster. »Wie ich sehe, hast du eine Freundin gefunden. Hat sie dir dieses Umstyling verpasst?« Alex trat langsam in die Wohnung ein und schloss mit prüfend zusammengekniffenen Augen die Haustür hinter sich. Dann begann er im Halbkreis um Clive herumzuschreiten. »Ich habe einen Namen!«, brummte der weiße Hengst feindselig. Clive schnaubte nur höhnisch, erschrak jedoch, als Alex einen plötzlichen Satz auf ihn zumachte. »Du bist nicht gerade in der Position, mich herauszufordern, A3360. Man beißt nicht den Huf, der einen füttert, mein Guter.« Alex blieb abrupt stehen, riss den Kopf in die Höhe und peitschte angespannt mit dem Schweif. »Ich gehöre dir nicht länger, Higgins.« »Hat sie dir das eingetrichtert?« »Nein.« Clive blickte verwirrt zu Jess, bevor er sich Auge in Auge mit dem Experiment wiederfand, das nun so dicht vor ihm stand, dass sich ihre Köpfe beinahe berührten. »Mein Name ist Alexander O'Neill«, schnaubte Alex trocken. »Und ich war Käpt'n bei den Special Forces. Und das, Higgins.« habe ich selbst herausgefunden. Vielen Dank.